Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von A Daily Show News vom 4.11.2019 So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator kurz sofort und gleich steht TV, dann auf annehmen drücken und dann unterstützungs kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Yo, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da haben wir nichts Neues. Wir haben nach wie vor ein künftiges Mutpaket, große Böse, Aktionierung und so weiter. Äh, wir fangen jetzt einfach mal auf der linken Seite an mit dem Roth, ich finde den relativ cool. Benotung ist derzeit 4 von 5 bei 13 Modes, ja, 12 Reminders und ja, sind wir auch schon so weit durch. Dann haben wir hier das Golfkäppchen, das war ja jetzt auch was drin gewesen, da können wir auch gerne mal reinschauen, wie sich die Benoten entwickelt haben. Übrigens Gameplay oben rechts, jetzt in der Ecke verlinkt. Dann haben wir ein Voting von 3,83 von 5 bei 12 Votes. 46 Reminders bereits. Jo, das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Dann haben wir die Größe große Böse Axt. Hier ein Voting von 4,6 von 5 bei 5 Votes. 10 Reminders. Dann sind wir auch schon hier bei diesem Stab des Zauberbands. Das haben wir ja gestern auch erst drin gehabt. Gucken wir mal ganz kurz danach. Stab des Zauberbands hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 3 Votes. 4 Reminders. 4 Reminders. Dann hätten wir hier den Hemlock. Und Hemlock hat ein Voting von mega geiles Tag. 3,67 von 5 bei 9 Votes. 7 Reminders. Dann wären wir hier bei der Hexology. Hacke. Die hat ein Voting von 4 von 5 bei 1 Votes. Keinen einzigen Reminders. Diese Verhex-Lackierung, mit der ich persönlich jetzt nicht wirklich was anfangen kann. Witchy. 2,8 von 5 bei 5 Votes. Keinen einzigen Reminders. Der Delirium. 3,6 von 5 bei 15 Votes. 12 Reminders. Das sind wir auch mit diesem Set hier schon soweit durch. Dann kommen wir jetzt zu diesem Verschlinger. Und das Teil hat hier, das Toothsome hat hier ein Voting war jetzt auch erst drin gewesen. Deswegen ich will das nicht immer wieder neu bewerten. 2,33 von 5 bei 3 Votes. Keinen einzigen Reminder. Und dann hätten wir als nächstes das Großmaul. Ziemlich cool das Teil. Da hinten die Frösche. Hier hat er auch noch mal einen Frosch dran. Das ist ziemlich gemein das Teil. So Großmaul. Furchterregender Freak. War auch erst kürzlich drin gewesen. Schauen wir mal welche Noten Big Mouth hat. 4,78 von 5 bei 9 Votes. 22 Reminders. So. Haben wir noch was. Die Knirscher. Mega cool. Die Teile. Das sind hier diese Knirschers. 4,5 von 5 bei 4 Votes. 1 Einzige Reminder. Und dann sind wir damit auch schon soweit durch. Jetzt gehts weiter. Jetzt fangen wir mal hier an. Wir sind bei der Zündkerzen Künstlerin. Die hat hier hinten dieses komische. Sieht aus wie so ein kleiner Hund. Könnte irgendwo aus. So ein Disney Ding da kommen. Find ich aber eigentlich ganz cooler Teil. Die Zündkerzen Künstlerin kriegt von mir 7,10. Und das ist hier Sparkplug. Und hat hier ein Voting von 3,9 von 5 bei 71 Votes. Am 10. Februar 2019. So erstmal drin gewesen. 10 mal 67 Spielmeister. Sitz mal im Shop vor 7,20 Stunden am 8 Oktober. Dann kommen wir zu den Billy Bounce. Für mich der geilste Fortbewegungs-Emote, den es überhaupt gibt im ganzen Spiel. Deswegen kriegt das Teil auf jeden Fall von der 10 von 10. Der Billy Bounce hat hier ein Voting von 4,7, 1 von 5 bei 63 Votes. Am 27. Mai 2019. Das ist mal drin gewesen. 7 mal 243 Spielmeister. Das ist das letzte Mal im Shop. Am 2. Oktober. So die Taxifahrerin kriegt von mir 7 von 10. Dann hat hier ein Voting von 3,5 bei 10 Votes. Am 3. Oktober 2019. Das ist mal drin gewesen. Jetzt das zweite Mal. 13 Reminders. Diese Sturm Königs Faust. Auch erst vor kurzem drin gewesen. Verachtender V-Bucks. Megageil das Teil. Gucken wir einfach mal wie sich da die Noten entwickelt haben. Hier haben wir ein Voting von 3,57 von 5 bei 7 Votes. Jo, ein Reminder. Dann geht es weiter mit dem. Ist auch geil. Jetzt oben rechts in der Ecke übrigens verlinkt ein ziemlich cooles Dance Video dazu. Tanzspagate für 500 V-Works. 10 von 10 Votes. Work It. Hat hier ein Voting von 4,18 von 5. Bei 34 Votes am 9. Juli 2019. Das ist mal drin gewesen. 16 Mal seit dem. 29. Nein. 5 Mal seit dem 16 Reminders. Jetzt mal im Shop von 29 Tagen. Am 6. Oktober. Jetzt habe ich es. Dann haben wir da den Hampelmann. Und jetzt kann ich überhaupt nicht nachvollziehen was ich damit zu machen anfangen da. So dringendich in Form. Hampelmann. Für 200 V-Bucks. Teil für 5. 4 von 10. Die Jumping Jacks. Die Jumping Jacks haben hier ein Voting von 3,25 von 5 bei 8 Votes am 24 Votes. 2019. Das war drin gewesen. 2 Mal. 3 Reminders. Das ist tatsächlich. Das zweite Mal jetzt drin. Das erste Mal. Nehme vor 103 Tagen. Jo. Dann gucken wir mal hier. Ich muss dem Shop ja noch eine Benotung geben. Im Shop muss jetzt noch ein Voting geben. So. Was gebe ich in dem Voting hier? Was soll ich in dem Voting geben Leute? Ganz ehrlich. Also. Ist so langsam aber sicher wäre es mal cool. Ich meine ok. Ne. Wrath ist cool. Wolfkäppchen ist cool. Hamlock ist cool. Großmaul ist cool. Aber die haben wir jetzt schon so oft kurz hintereinander gehabt. Ähm. Willi Bounce geil. Tanzspagat geil. Eigentlich würde ich dem Ding love it geben. Weil wir diese Items aber so oft direkt hintereinander hatten. Und kriegt dieser Shop jetzt von mir ein It's meh. Ja wenn euch das heute Video gefallen hat. Dann lasst mir den Daumen noch um. Dann schreibt was in die Kommentare. Aboniert den Kanal. Und schaut uns das nächste Mal wieder an. Wenn es wieder heißt. For another daily shop news mit Miniman gleich. Und rein was gibt es dann. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.